Also hallo, wir sind die Familie Gutmann, die Familie Petrasek. Wir kommen aus Dresden, aus Sachsen, man hört sicher an der Sprache. Tja, wie sind wir auf die Usbekistan-Reise gekommen? Es war eigentlich schon immer unser Kindheitstraum. Tausend und eine Nacht, Samarkand, Puhara, wollten wir uns schon immer anschauen. Das war schon immer unser Traum. Ja, jetzt haben wir in diesem Jahr unseren Traum wahrgemacht und sind zu viert nach Usbekistan gefahren. Was haben wir schon erlebt? Wir waren schon in Shiva, haben uns Puhara angesehen. Jetzt sind wir in Samarkand. Wie gesagt, man sieht es. Wir sind sehr beeindruckt von der Reise. Traumhaft schöne Kulturstätten, sehr, sehr nette Menschen, die wir unterwegs getroffen haben, sehr gastfreundlich, sehr hilfsbereit. Und ja, auf unseren weiteren Weg geht es wieder über Gutmann nach Ferganau und schauen mal, was uns da noch erwartet. Ja, das war es eigentlich von uns soweit. Und wie gesagt, wir können die Reise nur empfehlen. Das Reisebüro ist sehr gut. Unser Reiseleiter, Maruf, ist auch sehr gut. Er hat uns immer geholfen. Er gibt uns sehr detaillierte Informationen über alle Kulturstätten und ist uns auch in allen Dingen eine sehr große Hilfe. Wir lernen sehr viel von Land und Leuten kennen und genauso hatten wir uns eigentlich auch die Reise vorgestellt. Und durch Maruf ist alles sehr kurzweilig und sehr lustig. Ja, der Spaß bleibt nicht auf der Strecke.